Du hast dir ein Aquarium gerade neu gekauft bzw. möchtest dein altes Becken einfach mal neu einrichten? Dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, weil wir schauen uns Schritt für Schritt an, wie ich das Becken hier hinter mir komplett neu eingerichtet habe und wie du auch ein tolles Layout in deinem Becken realisieren kannst. Also würde ich sagen, Film ab und viel Spaß! Vor einigen Wochen habe ich das 80 Liter Becken hier hinter mir komplett neu eingerichtet und es trägt jetzt den Titel Inside the Alps. Und dabei habe ich mir einfach mal die Kamera geschnappt und habe das Ganze mit der Kamera begleitet und habe gedacht, wir machen jetzt einfach mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dein Aquarium komplett neu einrichten kannst. Und da ist natürlich der erste Schritt, dass wir uns mal mit der Ideenfindung bzw. dem Materialeinkauf beschäftigen müssen, denn ohne Idee gibt es natürlich kein neues Aquarium. Das heißt, du solltest dir am Anfang erstmal überlegen, okay, was möchte ich denn für Sachen oder für ein Layout in meinem Aquarium haben? Soll es vielleicht doch etwas mehr steinlastiger sein oder vielleicht eine Wurzel drin haben? Soll es überhaupt gar kein Hardscape drin haben, sondern nur Pflanzen? Möchte ich da eher vielleicht in die Aquascaping-Richtung reingehen? Das heißt, dass man vielleicht auch versucht, Unterwasserlandschaften nachzubilden bzw. möchte ich vielleicht doch eher in ein normales Gesellschaftsaquarium reinschauen? All diese Fragen solltest du dir im Vorfeld natürlich stellen, denn die beeinflussen auch natürlich dein Materialeinkauf. Das heißt, beispielsweise für mich hieße das, ich habe jetzt Vulkankies gekauft, ich habe Soil gekauft, ich habe beispielsweise spezielle Pflanzen und natürlich auch nicht zuletzt, man sieht es ja auch schon, ganz viele Sairio-Mini-Landschaftssteine gekauft. Und das ist natürlich was, was du im Vorfeld wissen solltest. Wenn du dich jetzt natürlich konkret fragst, naja, wie plane ich denn jetzt ein Aquarium? Kann ich dir hier oben dieses Video sehr ans Herz legen? Da habe ich dir dann mal dargelegt, wie ich dieses Aquarium hinter mir geplant habe. Und das kannst du natürlich als Blaupause nutzen für dein Aquarium. Nachdem du dann deine Idee gefunden hast und auch das Material dafür eingekauft hast, geht es endlich ans Eingemachte. Denn wir können jetzt, sofern du ein altes Aquarium dafür benutzen möchtest, natürlich das Aquarium erst mal ausleeren bzw. dann auch reinigen. Wenn du jetzt ein neues Aquarium hast, kannst du diesen Schritt ganz einfach überspringen. Aber für alle anderen gilt natürlich jetzt allererstes mal, okay, wir müssen unsere Bewohner, die wir im Aquarium haben, das heißt Fische, Garnelen, Schnecken, die müssen wir natürlich erst mal aus dem Aquarium herausfangen bzw. diese dann in einem, ich nenne es jetzt einfach mal, Zwischen-Aquarium unterbringen. Denn wir wollen natürlich, dass es den Tieren auch in der Zeit der Neueinrichtung wirklich gut geht. Und dazu benutze ich beispielsweise immer ganz gerne eine Ikea-Sammlerbox. Ich habe dazu aber auch schon mal ein Video gemacht, das findest du jetzt hier auch oben verlinkt, wie man das Ganze auch, eine ganze Neueinrichtung mit Besatz machen kann. Also guck gerne mal vorbei. Wenn das Ganze dann erledigt ist, dann geht es wirklich ans Eingemachte, denn dann müssen natürlich die Pflanzen, die noch im Aquarium drin sind bzw. der Bodengrund, der drin ist, dann auch aus dem Aquarium raus. Das ist manchmal eine etwas, ja, dreckige Arbeit, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, ich habe in dem Falle erst mal alle Pflanzen rausgeholt, damit ich dann den Soil, der noch im Aquarium war, einfach beispielsweise mit einer Schaufel oder mit was anderem dann halt wirklich aus dem Aquarium raus transportieren kann. Aber dann steht der Neueinrichtung nichts mehr im Wege bzw. doch. Wir müssen das Aquarium natürlich auch noch schön sauber machen. Ich nutze dafür ganz gerne Filterwatte, um die Scheiben wirklich sauber zu machen bzw. dann auch einfach mal den Kalk, der vielleicht sich am Aquarium gebildet hat, wegzubekommen. Aber dann geht es wirklich in den nächsten Schritt. Okay, dann ist es jetzt an der Zeit, einfach mal den groben Aufbau zu testen. Und das habe ich jetzt in dem Falle auch das erste Mal gemacht. Das heißt, einfach mal einen Trockendurchlauf, eine Trockenübung zu machen. Gerade wenn man beispielsweise viel Hardscape einsetzt, kann man es auch einfach mal ohne Bodengrund und natürlich ohne Pflanzen ins Aquarium einbringen, um sich einfach mal anzusehen, okay, sitzt der Stein, den ich vielleicht an der Stelle vorgesehen habe, auch wirklich gut in dieser Stelle oder passt er doch besser vielleicht auf die andere Seite des Aquariums, um auch einfach mal festzustellen, okay, muss ich vielleicht diesen Stein noch bearbeiten oder wenn ich beispielsweise Wurzeln einsetze, passt die Wurzel überhaupt in das Aquarium rein oder passt sie in die Ecke, wo sie dafür vorgesehen ist? Muss ich sie vielleicht noch irgendwie mit der Säge etwas zurechtschneiden? Dass man das einfach mal quasi in einem Trockendurchlauf testet und das Ganze einfach, das ganze Hardscape, so wie man sich das überlegt hat, wenn es natürlich möglich ist, erst dann im Aquarium aufbaut. Und man sollte auf jeden Fall, wenn man dann das finale Setup mehr oder weniger hat, sollte man sich vielleicht auch einfach mal von vorne beziehungsweise von oben vom Aquarium einfach mal ein Bild machen, dass man natürlich auch, wenn man das Aquarium wieder ausgeräumt hat, um dann wirklich mit der Einrichtung auch zu beginnen, natürlich so einen groben Plan nochmal hat, okay, wo habe ich denn jetzt die Steine hingesetzt? Weil sonst steht man davor und denkt sich, ja gut, okay, jetzt habe ich den Stein, aber wo hatte ich den denn nochmal einsortiert? Also das heißt einfach mal den groben Aufbau vorher testen. Wenn der Trockenlauf dann einmal durch ist, geht es natürlich auch dann wirklich an das richtige Einrichten des Aquariums. Hier ist es jetzt so, dass ich mich dazu entschlossen habe, einige Steine schon im Vorfeld zu setzen, das heißt noch keinen Bodengrund einzufüllen. Das kommt immer ganz darauf an, wie du wirklich dein Aquarium auch einrichten willst. Du kannst beide Möglichkeiten wählen, entweder zuerst den Bodengrund etwas einfüllen, dann das Hardscape setzen oder vielleicht sogar erst das Hardscape gewisserweise setzen und dann das mit Bodengrund auffüllen. Ich habe mich dazu entschlossen, einfach aus dem Grund, weil ich hier eine gewisse Stufenform drin haben wollte und da passte es jetzt einfach nicht, dass ich halt wirklich erst noch Bodengrund einfülle und darauf das Hardscape setze. Aber das ist wirklich dann dir auch überlassen. Ich habe mich jetzt in dem Falle dann auch dafür entschieden, einen mehrfachigen oder einen stufenartigen Bodengrundaufbau zu wählen und deswegen sitzen wir nämlich auch hier, damit ich das besser zeigen kann. Denn ich habe mich dazu entschlossen, ja als unterste Schicht quasi, ja hier kann man es ganz gut sehen, nämlich Vulkankies zu nutzen. Und hier ist es jetzt so, dass das natürlich auch auf dich ankommt. Man kann beispielsweise als untere Schicht beispielsweise auch Nährboden im Aquarium einsetzen. Wenn ich jetzt Soil benutze, würde ich an der Stelle immer von Nährboden absehen und generell eher einen Vulkankiesaufbau nutzen, einfach vielleicht um Kosten zu sparen, aber auch eine bessere Durchflutung im Bodengrund hinzubekommen. Und wenn du dann wirklich dein Vulkankiesbett mehr oder weniger aufgebaut hast, das kann man entweder lose machen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, oder beispielsweise auch in Netze verpacken, einfach aus dem Grund, dass vielleicht nicht, wenn man nochmal an Pflanzen dran muss, man irgendwelche Stücke mit hochzieht mit den Wurzeln, dann kann man den Soil oder die nächste Bodengrundschicht aufbringen. In dem Falle war das jetzt bei mir hier Soil von Tropica, habe ich jetzt genutzt. Die ganzen Produkte, die ich genutzt habe, findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, also schau gerne mal vorbei. Du kannst aber beispielsweise auch einfach nur Kies nutzen, beispielsweise dann in einer Kombination mit Nährboden, oder wenn du zum Beispiel Sand benutzen willst, würde ich jetzt in dem Falle den Nährboden einfach weglassen, weil man diese beiden Bodengründe, also Sand und Kies, natürlich häufiger benutzen möchte. Und da ist es mit der Trennung vom alten Nährboden nicht immer ganz so einfach. Von daher würde ich dir bei Sand einfach davon abraten, Nährboden zu nehmen. Aber in dem Falle kann man immer eigentlich einen zweischichtigen Aufbau nehmen, das heißt Vulkankies oder Nährboden, und dann darauf aufbauen natürlich den Soil oder beispielsweise Kies oder Sand. Und nach dem Bodengrund kommt natürlich dann das Hardscape. Das heißt, wenn ihr es nicht schon vorher, wie ich es jetzt gemacht habe, teilweise in den Bodengrund reinsetzt, kommt natürlich dann in dem Schritt wirklich das Hardscape. Und das Hardscape muss natürlich auch irgendwie ins Aquarium gesetzt werden. Und da ist euch erstmal der Kreativität natürlich keine Grenze gesetzt. Das heißt, ihr könnt nach Belieben natürlich entscheiden, wo ihr beispielsweise einen Stein platzieren wollt, wo ihr die Wurzel hinhaben wollt, ob die Wurzel nach rechts, nach links geneigt ist, wie auch immer. Es gibt da verschiedene Regeln, beispielsweise den goldenen Schnitt. Da könnt ihr gerne mal auf Google so ein bisschen nachsuchen, dass das Ganze einfach etwas harmonischer ist, dass man bestimmte Fokuspunkte vielleicht oder einen Fokuspunkt im Aquarium hat. Es gibt auch noch verschiedene Tiefenwirkungseffekte. Da findet ihr auch auf YouTube ganz, ganz viele Videos, ganz tolle Videos auch von anderen Aquaristik-YouTubern dazu. Also guckt gerne mal da vorbei. Und dann könnt ihr natürlich euer Aquarium mit dem Hardscape dann auch so gestalten, wie ihr es für schön empfindet. Was mir jetzt oder was für mich wirklich ein Punkt war, den ich jetzt auch das erste Mal ausprobiert habe, war das Hardscape auch dann festzukleben. Und bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich einfach das Hardscape wirklich in den Bodengrund reingesetzt habe und dann einfach da drinnen stehen gelassen habe. Und ich habe jetzt das erste Mal probiert, das Ganze auch festzukleben. Denn das Problem ist natürlich, dass ich im Laufe der Monate oder vielleicht auch Jahre einfach das Layout ändern kann. Einfach, weil man beispielsweise mal einen Stein irgendwie aus Versehen umkippt beim Saubermachen, beim Pflanzenschneiden. Und hier habe ich jetzt einfach mal versucht, das Ganze festzukleben. Und ich muss wirklich sagen, gerade wenn ihr viel Hardscape, also viele Wurzeln, viele Steine einsetzt in einem Aquarium, ist das wirklich was, was ich wirklich dir ans Herz legen kann. Denn das macht das Ganze so, so viel einfacher, dann auch nachher jetzt nach ein, zwei Wochen wirklich zu pflegen beziehungsweise auch die Einrichtung so viel einfacher, weil man nicht dann wieder an einen Stein kommt und der kippt um. Und beim Pflanzenschneiden muss man vielleicht noch aufpassen. Also wenn du die Möglichkeit hast, dann verklebe das. Ich habe das in dem Fall auch ganz normal mit der Sekundenkleber- und Wattepad-Methode gemacht. Das heißt, ich habe mir Sekundenkleber, ganz normalen Sekundenkleber bestellt beziehungsweise hundertprozentige Baumwolle-Wattepads geholt und die dann an den Kontaktstellen, also da, wo sich beispielsweise zwei Steine dann auch wirklich berührten, habe ich die dazwischen geklemmt, dann mit dem Sekundenkleber gut das Ganze getränkt und dann einwirken lassen. Und nach einiger Zeit wird die Watte mit dem Sekundenkleber so steinhart, weil das auskristallisiert, dass du halt wirklich durch ein bisschen Wackeln beziehungsweise kräftiger Wackeln den Stein gar nicht mehr wirklich bewegt bekommst. Und der wichtigste Tipp ist dabei auf jeden Fall, lass dir Zeit. Ich habe mir hier für das Ganze mehrere Stunden Zeit gelassen und habe dann immer mal wieder geguckt, okay, mal zwischendurch was anderes gemacht, habe dann wieder reingeguckt, okay, passt der Stein wirklich, bevor ich ihn da festklebe oder sollte ich ihn doch vielleicht nochmal anders positionieren. Gerade aus dem Grund, dass du jetzt nicht mehr in dieser Bertrouille bist, wirklich deine Tiere möglichst schnell wieder beispielsweise ins Aquarium einzusetzen, hast du ja auch die Möglichkeit, das Ganze vielleicht auch über mehrere Stunden oder Tage sogar zu strecken. Und das hat bei mir wirklich einen großen Unterschied gemacht zu den Einrichtungen, die ich bisher gemacht habe. Einfach aus dem Grund, weil man wirklich sehr viel Zeit hatte, das Ganze schön, ja, wirklich entspannt machen konnte. Von daher der Tipp, lass dir Zeit. Okay, nachdem wir das Hardscape gesetzt haben, kommt etwas Farbe ins Spiel, denn es geht sich hier wirklich um die Bepflanzung deines Aquariums. Ich habe mich jetzt hier im Vorfeld dafür entschieden, ja, eine Elocharis SP Mini wirklich als, ja, Vordergrundpflanze zu nutzen, einfach weil sie so einen schönen Rasen für mich bildet. Beziehungsweise dahinter habe ich Glossus Digma und HCC, so als Mittelgrundpflanzen. Und ganz hinten habe ich die Rotala Indica eingesetzt, die so ein bisschen blätterartig aussieht, weil das Ganze natürlich auch so ein bisschen, ja, Laubblätterartig, also so, ja, in den Alpen vielleicht ein paar Bäume stehen. So, nach dem Motto hatte ich mir das überlegt. Das sind Überlegungen, die ihr euch im Vorfeld auch machen könnt. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte aber andere Pflanzen haben, findest du unten auch nochmal einen Link zu verschiedenen Shops, dass du da einfach gucken kannst, welche Pflanzen dir gefallen und dann natürlich dementsprechend die richtigen Pflanzen nimmst. Genau, wenn man die Pflanzen haben, geht es natürlich daran, dass wir sie auch einpflanzen und vor dem Einpflanzen müssen wir sie natürlich erstmal vorbereiten. Das heißt, in dem Falle beispielsweise, wenn du Toppflanzen hast, solltest du die Steinwolle abnehmen oder wenn du in vitro Pflanzen einsetzt, solltest du gucken, dass möglichst die Nährlösung ab ist und die Pflanzen natürlich dann auch vereinzeln, weil es bringt uns nichts, wenn wir hier beispielsweise so einen Topf von der Eloscharis einsetzen, sondern wir wollten sie natürlich möglichst breit ausbringen, dass sie halt auch schnell einen dichten Rasen oder einen dichten Stängelhintergrund bildet. Bei den Pflanzen könnt ihr auch so ein bisschen mit der tiefen Wirkung spielen, indem ihr halt schaut, welche Pflanzen ihr in welchen Bereich des Aquariums reinsetzt. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, beispielsweise das Glossus digma vor das HCC zu setzen, einfach weil das Glossus digma größere Blätter ausbildet und es dann aufgrund der tiefen Wirkung so ein bisschen aussieht, als wenn die Blätter nach hinten aufgrund der HCC dann auch kleiner werden. Das heißt, hier könnt ihr auch alleine schon mit der Pflanze ein wenig Tiefenwirkung in euer Becken mit reinbringen. Und es gibt natürlich die verschiedenen Möglichkeiten, Vordergrund-, Mittelgrund- und Hintergrundpflanzen einzusetzen, aber ich denke, da wirst du dann auf jeden Fall auch fündig werden. Jetzt kommen wir zum Wassereinfüllen. Und hier ist es so, dass wir natürlich unser Layout nicht direkt mit einem Wasserstrahl oder mit einem Wassereimer wieder zerstören wollen. Deswegen mache ich das meistens so, dass ich mir beispielsweise Küchenkrepp nehme und das Küchenkrepp wirklich schön im Aquarium verteile, sodass da halt auch vielleicht kein direkter Wasserstrahl oder Tropfen oder wie man es auch immer nennen mag, dann wirklich in den Bodengrund reinkommen kann und vielleicht dann auch meinen schönen Soil oder das, was ich eingesetzt habe, direkt wieder zerstört. Wenn wir das gemacht haben, dann würde ich euch in dem Falle empfehlen, entweder beispielsweise ein Küchensieb zu nehmen, beziehungsweise wenn ihr kein Küchensieb zur Hand habt, einfach eure Hand zu nehmen, um den Wasserstrahl beispielsweise aus dem Eimer oder aus dem Schlauch so ein bisschen zu zerstäuben, in Anführungszeichen, sodass man halt hier nicht das Problem hat, dass sofort der ganze Bodengrund wieder durchgewirbelt wird und alles das, was wir schön vorher eingepflanzt haben, dann direkt zur Wasseroberfläche wieder schwimmt. Das heißt, lasst euch da auch etwas Zeit. Ich weiß, man ist dann aufgeregt und möchte das Wasser endlich drin haben, aber hier gerade bei diesem Punkt ist es so, dass langsames Wassereinfüllen viel, viel besser ist, als das eben mal schnell zu machen. Und nachdem nun endlich das Wasser im Aquarium ist, können wir auch unsere Bewohner wieder umziehen, beziehungsweise wenn du jetzt ein komplett neues Becken startest, kannst du dann auch natürlich die Einlauffase quasi beginnen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Tiere nach einem Tag dann auch ins Becken einzusetzen, einfach aus dem Grund, da der alte Außen- oder der Außenfilter, den ich jetzt hieran betreibe, auch schon in meinem alten Becken mitgelaufen ist und komplett eingefahren ist. Wenn du das nicht hast und dein Becken komplett neu eingerichtet hast, dann schließt sich jetzt quasi die Einlauffase an. Wenn du jetzt aber wissen willst, naja, was ist denn jetzt die Einlauffase und wie lange dauert die und kann ich die nicht irgendwie verkürzen, dann kann ich dir auf jeden Fall dieses Video hier empfehlen, denn da geht es jetzt konkret um die Einlauffase, was du alles tun kannst und wie lange sie dauert. Und dann würde ich sagen, war es das von dieser Einrichtung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Becken einzurichten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.